Das Geilste ist, guck mal, siehst du diesen Knopf, der hier leuchtet? Da drück ich das ganze Wochenende. Ungefähr sechsmal drauf. Ich kriege dafür erstmal ein Artesbändchen. Drei Tage schön all areas essen, trinken for free. Die ganzen Eckszene, so geil. Ich liebe meinen Job. Wir sind für die Halbinsel, Deutschland ist ein Quotertag. Ey, und wer jetzt am lautesten Schreif spielt, der Gegenschirm von mir. Sollt ihr daumen mit dem Schreif? Schreif 3-0-0! Schreif 3-0-0! Schreif 3-0-0! Alles falsch, wir machen Gegenschirm. Wir gehen gefahren! Habt ihr Bock auf Talib Kuali? Talib! 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 Talib Kuali? Talib! 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 Wie kompliziert kann man das eigentlich machen? Die Webseite heißt eff-arr.de. Schwierig. F-A.de, Mann. So einfach kann es sein. Gab es die Webseite nicht mehr? Was? Gab es die Webseite nicht mehr? Doch. Ach so. F-A.R.de. Nee, weil das ist, glaube ich, die Frankfurter Rundschau. Hast du mal geguckt, ob es die Endung Punkt F-A gibt? Das ist doch Frankreich. 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 Ja, aber was soll ich dann da vorschreiben? Nichts Punkt F-A. Super Rapper. M-C Punkt F-A. M-C Punkt F-A. Oder, oder, pass auf, F-A Punkt M-C. Monaco. Echt? Es gibt keinen Rapper, der das hat. Meine Webseite heißt hawkeye.dj. Djibouti. Was ist Djibouti? Djibouti. Er hat mir auf jeden Fall gerade die Lösung all meiner Probleme genannt. F-A Punkt M-C. F-A Punkt M-C. Ja, aber dann nennen mich alle F-A M-C. Ey, da kommt F-A M-C. Wir diskutieren es nochmal aus. Hau mal ab. Prost, wir hatten einen harten ersten Hosting-Tag hinter uns. Es hat sehr viel Spaß gemacht. The Streets und Deichkind wollten gar nicht, dass ich sie ansage. Weil das Management gesagt hat, das passt da nicht rein. Das war eben Professional Shit, ja. Das will man machen. Wir haben trotzdem Spaß und halten euch aus dem Laufen. Ich hab live gesehen The Streets. War ganz schön, Mann. Ich hab echt Spaß gehabt. Und ich wüsste, dass ihr sie frei habt, als wären sie der Hauptwerk. Und hey, kriegen wir das hin. Macht wir ab, wir machen so ein Plan B, wir haben noch mal. Laufen wir, oder was? Ist das Plan B, oder was? Geht ihr bitte auf F-A.D.E., oder was? Oder was ist eigentlich mit euch los? Was macht ihr sonst daheim? F-A Punkt D.E., Alter. Ihr seid sonst verrückt, wenn ihr nicht da drauf geht, Alter. Schreit Atmosphäre! Viel Spaß dabei! Was geht ab? Hier ist DJ Ron von Flatline. Ihr seid ihr genau richtig auf F-A.D.E. Wir sind hier live bei Splash. Checkt die Seite F-A.D.E. Ich bin draußen. Tschüss, Flatline. Peace. Und wir haben ein kleines Showcase, ein kleines Warm-up vorbereitet, was aus drei Einheiten besteht. Ich fange jetzt erstmal mit der ersten an. Achtet drauf, ihr müsst es später alle mitmachen, okay? Achtung! Ich bin in der selben Lage wie ihr und muss mir das gerade erstmal anschauen. Und ich werde mich hier nicht alleine zum Affen machen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall mitmachen, um fit zu werden, ja, für die ersten Ecks. Das ist ganz einfach. Mach mal mit. Okay, sehr schön. Das war die erste Einheit, merkt euch das. Das habe ich verstanden. Die zweite Einheit ist sogar noch ein bisschen einfacher. Das sind einfach Kniebeugen. Achtung! Mitmachen! Komm her! Sehr schön. Und wir haben noch eine dritte Einheit dabei. Die funktioniert folgendermaßen. Und wir werden das jetzt alle drei Einheiten verbinden mit der Musik. Macht ihr mit! Okay. Achtung! 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 Das war's. 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 Das war's.